Hallo und herzlich willkommen und zurück zum Let's Play von Diablo 3. Reaper of Souls Season 8. Wir suchen gerade das Z-Portal, ich will es nicht nachschauen. Ich dachte, ich wusste es mal, aber... Ja. Wir finden es. Gut. Wir finden eine Segenung. Ich weiß nicht, wo das ist, aber wer fängt es? Ah, diese Schnauze, die du hast. Deine grosse, fette Schnauze. Verständiges dieses Gelümmel. Immer Gelümmel. Dankeschön, fertig. Wo ist jetzt das Portal? Ich weiss nicht. Wo ist jetzt das Portal? Ich weiss nicht. Ich weiss nicht, wo es ist. Finden wir das noch? Ich denke, das finden wir schon noch. Es war nicht hier, oder? War es nicht hier? Oh, nee, wer hat... Ich weiss nicht, wenn wir das öffnen. 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 Ständig dieses Gelümmel. Ich weiss nicht. Bist du, du Scheiße. Was denn das? Ey, 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 ey. Noch nicht bereit. Ach, Gitt. Nein, wir gehen noch nicht anders. Wir haben noch zwei. Ständig dieses Geschrei. Das macht mich Wahnsinn. Kann man sich ja nicht konzentrieren, oder? Ja, was machst du denn da unten? Ständig dieses Geschrei. Wo sind wir jetzt? Aha. Ich muss aber kurz schauen, wie weit wir sind jetzt. Wir müssen doch ein paar Season Reisen noch machen, oder? Bin ich langsam auch auf dem Dampfer. Schizikowski. Da drüben. Wieso soll ich da drüben hin? Für was? Da haben wir nochmal. Da haben wir noch einen. Okay, gut. Dankeschön. Tschüss. Hm. Habt ihr schon Angst? La 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 la… La 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 la... La 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 la… La 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 la-la la… La 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 la… Ich brauche jetzt halt zu. La 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 la… La 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 la… Wir schwirbeln uns hier herum, weil wir's können. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Was tötet irgendwas? Ich hab das gar nicht gelesen. Die Maus ist zu schnell. Die bewegt sich immer von mir weg. Ständig wird sie mich nicht etwas suchen. Also irgendwie geht's im Berserker-Modus zu leicht. Und während es nicht Berserker-Modus ist, bin ich zu squishy. Die scheiß Höhlen hier immer. Diese scheiß Teile hier. Wo bist denn du? Mistkröte. Das ist nur so kleine Spinne. Gott, oh Gott, haben wir das geschafft. Der hat mich noch voll gespuckt. Dankeschön. 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 Mist nicht. Aber immerhin haben wir noch ein paar Pläne gefunden. War's nicht umsonst. Heute. Jetzt können wir noch ein Greater Rift machen, hä? Ja. Machen keines von den Teilen. Teilen. Ähm... Dieses Level... ...mit dem... Dieses Level mit dem Dings-Bungs und Dings-Bungs. Okay, es ist schwer. Ja, ich mach es trotzdem. Ständig diese Lümmeln. Ständig Lümmeln. Niemand hält mich zurück. Schlimmer, schlimmer Lümmel. Ja. Ah... Ich weiß nicht, dass wir eine Kreditkarte haben. Wenn halt Paypal bei mir nicht geht. Keine Ahnung, wieso Paypal bei mir nicht geht. Aber die bringen mir keine Sachen auf das Konto. Ich weiß nicht, wieso ich nichts auf das Konto kriege. Heisst das jemand? Ich kriege kein Geld auf das Konto. Von Paypal. Von YouTube. Hab ich das schon lange bekommen. YouTube kann wenigstens etwas, aber Paypal kann das nicht. Und dann kann ich mir die... ...GoPro kaufen, die neue. Yay. Noch einen? Oh nein, das sind die kleinen von dem her. So. Ich werde noch herausfinden, wo dieses Portal ist, aber... Leider... Ja, möchte ich ja auch keine Tipps von euch haben. Nicht wegen den Tipps, sondern wegen dem Spoiler, den ihr halt... ...da durchmachen werdet oder könnt. Noch nicht bereit. Deshalb, ja. Ich spiele ja gerne Games, aber nicht spielen. Niemals. Dankeschön, diese Scheissackgasse geht mir auf den Geist. Wie soll ich das wissen? Wer hat die wieder reingemacht, diese... ...Sackgasse? Onkel Joe? Oh, der eng Onkel Burn. Onkel Burn, was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du bist bei Simson. Wenn ich da war, aber ist das wirklich richtig? Ich glaube, das kommt von Simson, aber... Ich sag's einfach. Oder er heisst a Burns. Er heisst Burns. Aber ich sag ihm Burn. Weil er brennt. Er brennt. Danke schön. Das bin ich nicht eingefroren. Ah ja, ich bin ja... ...er Säckemodisch. So, ist jetzt endlich fertig. Kann ich endlich mal dieses Ding abschliessen, dieses blöde Portal. Ja, ist wieder Sackgasse. Ja, ist wieder Sackgasse. Ständig diese Sackgassen? Was ist denn da los mit dieser Ebene? Mann, ich kenn die Ebenen halt nicht so gut. Ich spieße schon viel, aber nicht so... ...dass ich... ...ja, das alles merken kann. Wo sind jetzt die Großen? Ich möchte die Großen besuchen. Da oben. Ständig explosieren sie. Ja, und wo sind jetzt die Gegner? Da sind die Gegner. Ständig diese Gegner. Was ist jetzt hier hinten? Na gut. Ich dachte schon, kommt nichts. Boah, fast wäre ich gestorben. Ständig ist es gelümmeln. Könnt doch nicht immer lümmeln. Denk ich. Um Klassen besser. Um Klassen scheissiger. Alles muss man selber machen, genau. Immer dieses selbe Gemache. So, ich schiet. Das ist ja 100% noch. 100% noch. 90% machen wir auch noch. 80% machen wir auch noch. 18. Naja, gut. Ich gehe rein. Wir werden bald besser, hä? Ein Juwel aller Ehren. In allen Ehren. Wertet einen legendären Schädler auf Stufe 15 auf. Alles muss man selber machen. Erreicht ein großes Neffol im Portal. Solospiel der Stufe 25. Und Klassen besser. Ruf das Sepp. Ja. Klassen besser. Hä? Hä? Was hab ich da? Zweihänder, hä? Hä? Nein, drehe ich es andenke. Ist ja nicht mal so schlecht, aber... Jetzt hab ich schon wieder so einen Scheißdolch. Wo ist der? Wo ist der? Da. Obszöner Kopfverstich. Heieiei. Ich kann nicht mal auswählen, wenn ich es nicht wähle. Das müsst ihr dann entscheiden, ne? Ich zeig's nochmal. Aber eigentlich das untere. Nein, das obere. Das obere ist besser. Ich weiss es nicht. Schreibt's in die Kommentare. Das obere ist doch besser. So. Dieses Schwert abde... Es ist ein schlechtes Andenken, oder? Wie heisst es? Wie hat's geheissen? Naja, egal. So, was machen wir jetzt nochmal normales, hä? Ey, wieso krieg ich denn nichts? Was ist denn los? Ständig dieses Gefummel. Oh, ja, ja, ja. Nein, wir sind nicht bereit. Niemals sind wir bereit. Wir sind schon überbereit. Oh. Das hört sich doch gut an. Das hört sich so gut an. Irgendwie hört sich etwas ganz gut an. Aber ich weiss es jetzt gerade nicht. Wisst ihr es gerade? Weiss nicht, was so gut anhört. Hallo, bin ich blind? Bin ich eigentlich blind? Hallo. Ich seh nichts. Ich seh es nicht. Ah, da ist noch einer. Dankeschön. Ach. Das liebe ich. Liebt ihr es auch? Ich glaub ihr liebt es auch. Aber ich lieb's. Ich lieb's. Ich lieb's so sehr. Ich lieb's so sehr. Ich lieb das. Ihr liebt es nicht. Weil ich's liebe. Weil ich's liebe. Oh, weil ich's liebe. Weil ich's liebe. Weil ich's liebe. Weil ich's liebe. Loll. Einen Gegenstand reicht nicht. Okay. Ich liebe es. Ich liebe es. Und ihr nicht. Ihr liebt's nicht. Scheiße, Mann. Jetzt krieg ich noch so einen Scheisswürfel über. Fick dich. Du Scheisswürfel. Ich bin am Arsch. Ich hab nur so Goblins gefunden. So scheisse Goblins. Weil ich's so scheisse fand. Ja. Soll ich das verschwenden? Ich glaub ich verschwende es, oder? Ich finde sicher noch mehr Ramaldins gaben. Ab diesen Scheiss mal wegsockeln, ey. Endlich mal Vitalität, ey. Kann man noch mehr reintun, hä? So. So. Und diesen Scheiss mal verwenden, ey. Pfff. Für was braucht man das schon? Eieieiei. Hab ich jetzt Damage verloren? Hab doch Damage verloren. 100% Ich werd's mir merken. So. Ah, Tränke haben wir immer noch nicht. Gut. Irgendwie ist das komisch. Ich bekomm immer so Scheisswürfel. Hab nie Glück. Ich hab nie Glück. Ich hab nur Urlaute bekommen. Ständig diesen Scheissunglückzeugster. Ich nerv mich. I nerv mich. Dieses Game ist einfach immer gegen mich. Weil's immer gegen mich ist. Ständig diesen Scheiss hier. Pfff. Was soll ich mit Ronde aus Medallion? Gab's das nicht mal? Einmal früher? Das gab's doch mal, ähm. War das ein Zelda? Nein, irgendwo von einem anderen Game. Gibt's doch auch Ronde aus Medallion. Bin ich jetzt gar nicht mehr sicher? Oder hat das Blizzard... Hat Blizzard mal etwas erfunden? Okay, gut. Also ich war früher. Ihr wisst ja. Ich hab ja diese Träume, die mich voraussagen lassen. Das wahr sagen lassen. Sie sagen mir voraus, dass ich der beste Spieleentwickler werden werde. Die es jemals auf der Erde gab. Und das ist jetzt wirklich wahr. Auch wenn ihr mir das nicht glaubt. Das ist wirklich wahr. Ohne Treppe... Eine Hängebrücke. Eine Hochziehbrücke. Eine Hochziehbrücke. Ständig diesen Palabe hier. Ich hab immer natürlich diese Spinnengedärme auf dem Rücken. Wieso denn? Wieso hab ich Spinnengedärme auf dem Rücken? Wieso denn? Wieso denn, meine lieben Damen? Wieso hab ich Spinnenbeine auf dem Rücken? Hey, hast du Antariel gekillt? Das kennt man gar nicht. Das geht noch nicht. So. Volkatov fühlt meine Hand. Ich bin geheilt. Ja trotzdem mag ich das nicht so. Weg damit. Ständig dieser Laser. Laser. Ich werde mit einem Laser, der wie ein Penis aussieht, als die Welt vernichten. Ich bin Goldständer. Luke 1. Luke 2. Luke Skywalker 2. Ach ja. Ich hab wieder Nostalgie. Ich hab den Film schon in Ewigkeit nicht mehr geschaut. Ich muss damit mal schauen. Aus dem Powers in Goldständer. Das waren noch Filme. Die waren noch extremst lustig. Aber wer nicht Humor hat, dem ist es auch nicht lustig. Und das haben viele nicht. viele haben keinen Humor. Ich brauche mehr zu. Ich brauche mehr zu. Dann habe ich noch so wenig Abonnenten. Noch so wenig. Tja. Ist nun mal so. Wer kommt denn hier runter? Ah es kommt niemand her runter. Hat nur so Lärm gemacht, weil ich durch die Wirbelwinde irgendwas vernichtet habe. Was extremst böse ist. So. Lass mal ein bisschen dran knabbern. An den Knochen der Feinde. Nein. Noch nicht bereit. Jetzt red nicht immer so Palaver, du scheiss Schlampe. Noch ein Goblin. Ich brauche mehr Zeit. Ja. Ein wütiger Gegner. Ja. Ein wütiger Gegner. Ach ständig diese schnellen Goblins. Ich muss mal ein bisschen schneller werden. Ach Gottchen. Ich bleib noch hier. Was ist schon fertig? Ja gut. Oh nein. Ist schon wieder so eine mega Ebene. Aua. Voll auf die Fresse gehauen. Ach nicht diese Fledermaus. Ich mag die Fledermaus nicht. killed. terug. Hat das Bedrohlen? Fleder weg du Maus, sonst knallt's. Deine auf die Fresse geschlagene Keule. Das Urahnen. Ich bin schwer verletzt. Ich bin schwer verletzt. Ist ja nicht kaputt. Ist ja noch nicht tot. Wir vernichten alles. Alles vernichten. Klein und groß und fit. Säbeln. Vernichtung. Globale Vernichtung. Vernichten. Zerstören. Vernichten. Zerstören. Den haben wir schon genutzt. Ich brauche mehr Druck. Wir vorfahren mit mir Holz. Das geht noch nicht. Vernichten. Zerstören. Vernichten. Zerstören. Vernichten. Zerstören. Vernichten. Zerstören. Ich bin das Chaos. Ja, so wie man sie wirbeln sieht, ist sie wirklich das Chaos. Nur. Nur so ein kleiner Schrein. Na gut. Ja, wie kommt man denn da hoch? Da. Jetzt muss ich nur noch hochkommen. Ah, der ist schon tot. Wo ist jetzt der gelbe Gegner? Irgendwo muss doch der gelbe Gegner. Ah, da. Ah, der blaue Gegner. Du Flasche. So, jetzt gehen wir mal zurück. Und laden aus. Und ich mache Feierabend. Es ist schon 12 Uhr gewesen. Ach. Ach. Und ich schwaffel wieder zu viel. Haha. Was bekomme ich? Andalias Anslitz. Und der Stein des Jordans. Na gut. Seht ihr? Ich habe immer Pech. Hä? Ich habe ständig Pech. Was soll ich denn machen? Das ist mal gut. Ständig diese guten Sachen. Ich habe immer Pech. Ich finde immer zu gute Sachen. Ständig diese guten Sachen. Das ist einfach Wahnsinn. Ein Schnäppchen. Das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Stets wandelt. Endlich mal ein nötiger Teil von dieser Schlampe vom Hause Triebstram. Des ersten Menschens. Ich will nicht, wenn wir das gleiche haben. Aber immerhin ist es besser. Tschüss. Du Schlampe. Also bis zum nächsten Part. Tschüss. 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 Vielen Dank.